John, das zweite Mal Camel ist immer die Entscheidung. So war es auch heute. Ja, für mich leider keine gute Entscheidung. Ich war einfach ein bisschen zu weit hinten. Oder zu weit hinten einfach und dementsprechend dann leider nicht mit dabei. Ich hatte mich den ganzen Tag eigentlich ganz gut gefühlt, aber nicht die Position gehabt. Und dann kann man die Beine haben, wie man will. Und man ist nicht damit dabei. Und schade. C'est la vie. Aber es kommen noch ein paar Rennen. Und ich bin zuversichtlich jetzt aufgrund dessen, dass die Form auch wirklich nach oben zeigt. Und ich mich heute echt ganz gut gefühlt habe. Dafür, dass es gar nicht mal ein so kurzes Rennen war. Das heißt, du bist einfach in den Camelberg ein bisschen zu weit hinten reingefahren. Und danach oben drüber, die Lücke war nicht groß. Du hast sie nicht weit gesehen. Aber das reicht dann ein paar Meter. Ja, ich meine, wenn da ein paar Meter sind und nicht sofort Einigkeit herrscht. Da waren dann zwar ein paar Jungs von Astana, die eigentlich stark genug gewesen wären, das zuzufahren. Aber wenn man dann nicht sofort anfängt, dort direkt zu kreiseln und dann versucht, irgendwie jeder Einzelne irgendwie hinzufahren, dann ist dann einfach dort auch 100 Meter, 200 Meter also einfach zu viel, um das alleine zuzufahren. Man muss dann die Einigkeit nutzen. Und das haben wir leider nicht gemacht. Und dementsprechend war das dann für mich jetzt ein Satz mit X, aber das habe ich nicht. Dafür aber ein Stück weit auch die Gewissheit, dass es wieder läuft, gerade nach der Krankheit? Auf jeden Fall. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass ich speziell für Robay mit dabei sein werde. Danke.